Hallo! In der heutigen Folge geht es darum, diese Glasscheibe mit dieser konstruzenten Folie zu bekleben. Viel Spaß damit! Ich schneide mir die Folie erstmal ein bisschen länger ab. Ich habe mir gleich vier Stück gestellt, damit das für vier Scheiben reicht. Ich möchte den Auflagen durch. Ich nehme die Bilder, das ist meine die Schmerz und den Satz über die Schmerz. Beste die Schmerz zu sein, die die Schmerz und die Schmerz zu sein. Beste der Schmerzen, die Schmerz der Schmerz. wird die Schmerz und das Schmerz der Schmerz der Schmerz. So, jetzt haben wir eine Schabrone gemacht aus PVC. So, jetzt können wir noch 10 auspulen. Jetzt können wir uns auch weg. So, jetzt können wir eine Schraube machen. Tadaa! Puh, dass das aufregt. Die Feuchtigkeit ist jetzt noch unter der Folie. Das lässt sich wunderbar leicht abziehen. So, jetzt können wir eine Schraube machen. So, jetzt werde ich das erstmal trocknen und dann geht es weiter. So, dann bin ich mal wieder ganz schnell ins Schwitzen gekommen. Ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach. Also, am besten macht das jetzt weit. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, aber es war auf dem Fall. Es ist schon lange her. Aber ich habe es jetzt fertig gekriegt. Das war es mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Dann werde ich die Scheibe in die Zimmertür einbauen. Genau. Bis zum nächsten Mal.